Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute spielen wir eine neue Folge. Heute spielen wir was, jetzt müsst ihr es gleich lesen, Need for Speed, The One. So. Bei meinem anderen Account war ich schon fast durch. Aber jetzt müssen wir einen Wagen nehmen, der eine gute Beschleunigung hat. Ähm, Herr Loll, wo ist deine Verbedingung? Herr Loll. Komm mal, Leute. Herr Loll, hier war's wie Zimmer. Uff, Leute. Sorry. Herr Loll mit Autologs-Server. Ja, genau. Sehr warm. Ich stelle mal auf normal ein. Weil Easy kann ja jeder spielen. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ja,ropolitan. Epic. Komm, ich möchte The One spielen. Und hier nicht präsentieren. in einer Blackbox in Plasche und dann war es das mit dem Rennen Loi Loi sieht verletzt aus am Auge schau dann hat man einen Kratzer gehört Loi, er hat mehrere Kratzer und so so konzentrieren jetzt das mit dem Rennen zum w Schau Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kenn's auch schon. Boah. Boah. Boah, Alter. Die wollen nicht rammen. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 3, 2, 1, 0. Junge. Leute, ich mach mal kurz einen Cut. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Need for Speed, the one is gerade abgestützt. Ciao.